Soziale Medien und Pflege, ein Thema, das in aller Munde ist. Überall dreht es sich um Likes, Shares, Follows und Reaktionen. Egal ob auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oder wie sie alle heißen. Einige davon, wie etwa LinkedIn oder Xing, sind explizit für den professionellen Bereich entwickelt. Aber auch alle anderen Netzwerke werden mittlerweile beruflich genutzt. Natürlich immer mit besonderen Spielregeln. Wir alle kennen schlechte Accounts, über die wir uns aufregen. Grobe Rechtschreibfehler, Beleidigungen, peinliche Partyfotos. Was für ein Bild zeigt das von Pflege? Das Problem ist nämlich, dass soziale Medien die Eigenschaft haben, dass nicht nur Pflegende oder unsere Vorgesetzten darauf zugreifen können, sondern auch alle anderen. Mit unseren Aktivitäten in den sozialen Medien prägen wir also das Bild von Pflege in der Öffentlichkeit. Wie möchten Sie, dass Pflege gesehen wird? Und wie kann eigentlich jeder und jede Einzelne dazu beitragen? Diesem Thema widmen wir uns beim kommenden Deutschen Pflegetag 2019. Kommen Sie zu unserem Workshop und diskutieren Sie mit. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutscher-pflegetag.de